Nicht nur die Modellbezeichnung des Deckenventilators Saturn erinnert an den gleichnamigen Planeten. Die moderne und außergewöhnliche Form des geschwungenen Gehäuses aus satiniertem Nickel macht den Belüfter zum optischen Highlight in ihren Räumlichkeiten und schafft ein modernes Ambiente. Der dreistufige Ventilatormotor kann bequem über die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung reguliert werden. Die integrierte Deckenleuchte macht den Deckenventilator Saturn zu einer angenehmen Lichtquelle mit Belüftungsfunktion und lässt sich ebenfalls komfortabel über die Fernbedienung steuern. Besonders praktisch ist der wählbare Laufrichtungswechsel. Per Schiebeschalter am Gehäuse kann zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf gewählt werden. So sorgt die Wärmerückführung des Saturn auch an kalten Tagen für angenehme Wärme im Fußbereich. Die stylischen Ventilatorflügel in Dualoptik lassen sich wahlweise in Pinie oder Silber montieren und sorgen so für zusätzliche optische Akzente. Mit einem Durchmesser von 132 cm eignet sich der Belüfter für Räume bis ca. 25 m². Der Deckenventilator Saturn ist ein moderner Belüfter, der im Sommer für angenehme Kühle und im Winter dank Wärmerückführung für reduzierte Heizkosten sorgt.